Wir verbleiben an der Rehwiese und begeben uns in den Kirchweg 31 zum Landhaus und Landhausgarten Mittelhof. Von hier aus hast du bereits einen guten Blick auf die Kirche und das Pfarrhaus Nikolassee. Die Kirche Nikolassee wurde zusammen mit dem Pfarrhaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet. Das Baudenkmal in der Teutonenstraße Nummer 24 ist 1905 bis 1906 von August Höhne für den Juwelier Erich Rudolf entworfen worden und wurde früher Rudelsburg genannt.